willkommen mein name ist dann die welt und ich begrüße euch zurück zu let's play 4 gott zur folge haben wir bin in action aufgehört weil ich irgendwie die zeit aus den augen verloren ab und ja wir haben starke super mutanten und mutanten ohne eher so wie ich das mitbekommen habe ich bin ja na ja mal ein bisschen heller sein sehe ich gleich so kurz mein name wie vieler jetzt schon ist das ist doch meister jetzt sind sie auf einmal wieder so stark vorher auch vorhin zwei parts vorher im blöden hotel dann gehen die mit drei vier schlägen kaputt klemmer hat meiner für mich hallo man weil ich sehe die kaum aber die sehen mich natürlich okay ich habe viel weiß aber trotzdem vielleicht tut wieder ich kann mir nicht so viel ist den packs hier leisten da wo lauf ich bin ich näher mein gott kommt man ein bisschen hier in diesem bisschen erler und das da habe ich mitgenommen ja verbrauchte kürzchen hier war wenn es noch weiter geht also wo ist mein kollege her alles geht auf mich da gibt es doch einfach nicht ich bin ich so du 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 bist er das nämlich immer mein schrug gewinnt sehr gut und so auch mal wieder mein ding schon wieder warum ist das schon wieder voll ach so ich glaube deswegen dem ist so mein gott ich habe mitgenommen habe ich nicht oh mein gott und hat erledigt dann sind auch noch mehr gewesen jetzt passiert so ja irgendwo ein also bestimmt sicherer ist denn jetzt bin ich verarschen da habe ich da schon mal rausgenommen ich bin nicht gut weil das spiel mit mir abzieht derzeit und ein gut so ein sieb auf dem kopf oder arbeit das ist nicht das was ich gerade brauche ich habe nur noch 23 steaks ich könnte mir welche kaufen aber kostet warum ist ja nicht so als kann ich 20 auf einmal oder irgendwie sowas wollen ich kann mir auch nur so viel erholen gerade verkauft werden von irgendjemanden sind meistens auch noch vier oder fünf also ja hahaha wird dir trotzdem geht der auf mich noch man das ist ein krankenhaus kommen wir gehen dahin wird gerade auf krankenhaus erste hilfe bitte wo soll man da in keine ahnung ist mir relativ schnuppig bomb aus dem platz und so und das sind natürlich auch welche von denen nächstes mal nehme ich mal im fett mail mit ehrlich ich bin atom walker hat warum sind hier so viele super mutanten auf dieser insel wenn man mal erklärt kann nicht so viele sagen der schon wieder viel schaden aus irgendwie wund so muss das sein das da reingehen wenn ich vielleicht nur diesen tag überleben so terminal das hier Ah, okay. Warte mal schon. Also mit 10 Stimpaks, da würde ich schon nicht Nein sagen zu. Hallo, na. Stimmt, es war ein guter Kampf und dann kommt ein Legendary und natürlich. Alter, warum? Jetzt mal ohne Scheiß. Der steht immer direkt vor dem, ne? Und sie laufen einfach an ihm vorbei. Das war einfach nicht. Das ist echt. Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Ich stehe jetzt einmal kurz meinen Kopf raus. Und ich dachte, dass das eine Herausforderung sein könnte. Boah. Schau sich das an. Ich bin ein bisschen verarscht. Alter. Ich werde auch deinen Nein. Ich hab' durch die Wand durchgeschossen. Okay. Ich hab' mir nicht gewonnen lassen. Ich bin mir zu blöd. Ich weiß, was hier. Hi, was geht? Du willst mich? Komm her. Fall um. Danke. Oh mein Gott. Fall um. Ja. Ausgerechnet jetzt, wenn ich es brauche. Nein. Keinen Schaden anrichten, bitte. Zeige, zeige. Zeig, 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 zeig. Wow. Kannst du mal Bilder von der Wand schießen? Yuez. Wann bitte nicht? Das ist ein Blue! das ist ein primos wenn ich verarschen das ist ein spa oder was jetzt kann aus mit spa diensten massage und so hat jemand zu hart massiert ich vermisse stimpaks gibt mir die ich will sie unbedingt haben den trick würd ich selber gern mal so right away ja hey das spiel macht das doch extra geschafft kein einziges im pack mann vorgesehen das wo dann kann ich mir bei den elben leisten ich habe wirklich schon irgendwann mit 1000 vor kriegsgelder ist noch witzig für jedes einzelne wert ist und irgendwie so ausrechnen wie ich kommen wir aber muss ich wohl darauf warten der welt gehört der helm mir bescheuert er auch aussieht ok so hat technische dokumente aber ich nicht gerade noch voll geheilt oder so weiß jetzt nicht ich bin da langsam echt nicht mehr witzig die laufen absichtlich an dem vorbei scheiße ich bin doch nicht mehr witzig der steht da ich bin schon hier weg ich dürfte eigentlich nicht mehr sichtbar sein und da kommen sie beide rüber lieber zu mir gibt es doch einfach nicht das war doch ein bogen gefahrt da ey wenn sie mich verarschen oder alter ich sterb blöder pisse doof und sind größter teil das war doch gerade noch hier alter er steht hier vor dem tut den gemütlichen ab aber der geht auf mich los wird für die verarschung da da er steht direkt vor ihm er zieht sogar jetzt so auf mich wo sie dann an weil sie anstatt auf den zu schießen alter ich sollte verarschen hier naja und dreimal an ihm gehauen 19 weil ich kann es mir nicht leisten für die treffe abzukriegen schon wieder nicht tot du hast nicht den auch bei meiner motion geht auch irgendwann noch flöten hat hier wohl sagt wird hier so weiter geht warte ja verdammt ich habe hier vor warum dann wird mir langsam noch ein bisschen zu krass ja da gibt es noch ein schwierigkeitsgrad der noch schwerer ist die neue verarschen obwohl ich darauf überleben frecken die ganzen schneller dann oh mein gott ok hätte ich vielleicht nicht mitnehmen sollen das ding gleich automatisch offen so ist jetzt meine kugel da war er kann man mich ein bisschen aufgeregt ja doch falsch wahnsinnig gewesen ja ach sie haben stimpaks ja jetzt auch sie kann ich bei dem projekt nicht mehr fortsetzen wenn das weitergeht ja ja es gibt irgendeine stimpaks einnahmequelle fehlt mir ja auch noch so ein bisschen in dem spiel kann ich nicht handtücher mitnehmen mach noch alle handtücher mitnehmen ach okay was ist dazu überhaupt kein zeug da reingang haben irgendwie nichts bekommen habe ich das gefühl ich mache viel zu wenig gewinnen in diesem ort warte mal was der eine gemalt hat dieser roboter in der walt warum sollte ich einen schlüssel brauchen den schlüssel kriegt man von den typen der da drinne ist am anderen ende ist direkt auch ein ausgang ohne schlüssel ohne verschlossen und so was also ich komme ja zu irgendeinem exklusiven ort tue ich nicht wie es aussieht oder ist es kann kann man so an das echten zwar doch nur wenigen kanten auszeichnen okay wir würden wissen sie machen da bin ich reingekommen da war total zeitverschwendung geben aber irgendwo hin und treibt es dort voran weil erfahrungspunkte und so belohnen ich brauche eine feste steam pack einnahme quelle vor drei gab es ja muss man einfach nur technologie haben so ein bruderschaftstypen abgeben entweder hier aber nicht maschinen und so gegeben oder stimpaks irgendwo anders Wrong way Okay We're going to count ok und das war das gehen wir einfach ein also immer da ist eliminieren nebel kriecher wie gut hat ich mein fett man dabei hat schon fahrt riesige viech aber ich kann seine beine betäuben zu 50 prozent das ist schon mal was mich so ein bisschen stört werden wir jetzt schon nicht aber jetzt auch 20 minuten datei ist ich kann die partie beenden und ich rechne einfach mal irgendwas großes hier kommt und dann bekämpfen wir das nächste folge von let's play fallout 4 ich bedanke mich alle zuschauen und tschüss bis zur nächsten folge